Reframing. Etwas Unangenehmes wird zum Anlass für eine Veränderung in dir. Dieses Reframing, englischer Ausdruck für umdeuten, ist ja etwas Interessantes. Ich erlebe etwas, das hat eine gewisse Brisanz, das hat mich also irgendwie angemacht, positiv oder negativ, das spielt keine Rolle, aber ich nehme es zum Anlass, es tatsächlich verschiedenartig zu deuten. Ich kann einmal eine Sache auf eine bestimmte Art und Weise bewerten und kann sagen, das ist so das Typische, meistens wird das so bewertet. Ich kann aber auch die gleiche Sache anders bewerten und damit eben umdeuten. Und das Reframing ist in unserem Leben etwas sehr Wichtiges, weil wir natürlich als Menschen verschiedene Deutungsperspektiven und damit verschiedenartige Reflexionsperspektiven haben. Wenn wir nur einseitige Bewertungen hätten oder wenn wir stets etwas nicht bewerten würden, was gar nicht möglich ist, wir müssen stets etwas bewerten, auf sehr unterschiedlichen Ebenen, zum Beispiel auf der Ebene ist das jetzt gefahrenvoll oder es ist keine Gefahr, es ist etwas, wo ich lässig sein kann in der Bewertung und so weiter. Also das hat unterschiedliche Ebenen zu bewerten. Man sollte sich der Bewertungen stets bewusst sein. Und das Reframing ist insofern ein interessanter Anlass zu sagen, ich habe die Sache so erlebt und kann jetzt sehr unterschiedliche Perspektiven dazu einnehmen. Ein paar Beispiele dazu. Wie gesagt, es geht von dem Thema darum, etwas Unangenehmes oder typischerweise oder standardisierterweise Unangenehmes in etwas als Anlass zu nehmen, daraus eine Veränderung, eine positive Veränderung entstehen zu lassen. Also ein Hinweis, ein Triggerpoint, von mir aus ein Anker oder ein Event in deinem Leben, der da ist, verändert dein Leben von da an. Nehmen wir da mal so ein paar Beispiele im Alltag. Ungewöhnliche Beispiele. Ein Mann läuft durch die Fußgängerzone, die relativ voll ist. Also da gibt es viele Menschen, die an diesem Tag herumlaufen. Er läuft also über einen offenen Platz. Und plötzlich schlägt ihm jemand mit der Faust auf den Oberarm. Ziemlich stark, ein starker Faustschlag nur auf den Oberarm, also auf den Bizeps des Oberarms. Und im nächsten Moment ist dieser Mann schon in der Menge verschwunden und kaum hast du dich, kaum hat er sich umgedreht. Und kaum hat er sich, also hat er sich noch gar nicht empört, hat er gar keine Zeit dafür, sich zu empören, ist dieser Mensch weg. Ein plötzlicher Event und er bleibt vielleicht für Augenblicke verdutzt stehen und geht dann weiter. Also so ein Anlass aus heiterem Himmel. Jemand ist da und tatsächlich, er berührt dich nicht nur aus Versehen. So, dass man jemanden streift oder auch dieses typische Anrempeln. Es gibt ja Leute, die pöbeln einen an und rempeln einen seltsamen an, wo man dann in der Regel Zeit hat, sich zu empören und dann entsprechend auch zu wehren und die Maßnahmen zu ergreifen. Nein, es ist ein Mann, ein jüngerer Mann, der aus der Menge aufgetaucht ist, plötzlich vor ihm aufgetaucht ist und ihn mit der Faust, einen kräftigen Faustschlag auf den Oberarm gibt. Dieser Mann ist verdutzt darüber und denkt, oh, was ist das denn gewesen? Natürlich irgendein Irrer, wie es ja viele Leute gibt, die schräg drauf sind, der da einfach so sein Wesen treibt und sich ausprobiert in so einer Menschenmenge auf belebten öffentlichen Plätzen. Der natürlich auch kalkuliert hat und weiß, es ist nicht eine Gefahr, ehe der irgendjemand zu Hilfe gerufen hat oder sich selber wehrt, bin ich schon weg oder nehme das weit in die Hand und so weiter. Also so reaktionsschnell ist niemand. Deswegen ist es ja durchaus auch ein Problem bei Messerattacken und plötzlichen Angriffen, die passieren, was immer wieder entstehen kann im Leben. Aber wie gesagt, es hat keine Schäden gehabt, er hat keine blauen Flecke am Oberarm bekommen, keine Schmerzen, also keinen Anlass. Dieser Mann denkt immer wieder an diesen Vorfall zurück und denkt sich, naja, das kann ich eben so sehen, das war so ein Irrer, der mal wieder da sich ausprobiert hat und das war wahrscheinlich nicht das einzige Mal und der hat nicht nur mich gemeint, weil ich jetzt, was weiß ich, Brillenträger bin oder weil ich die falsche Hose anhabe oder einfach dämlich aussehe für diesen Menschen, sondern der hat hier seine Art von Sport betrieben. Und wahrscheinlich, wie gesagt, bin ich nicht der Einzige. Also was uns oft hilfreich ist als Menschen ist, dass sowas passiert, dass es fast auch gewöhnlich ist in gewissen Situationen oder in Lebensumständen, wenn Menschen miteinander sind, dass so etwas geschehen und passieren kann. Das ist schon mal eine ganz wichtige Relativierung. Also der Mann hat das eben nicht gegen sich gerichtet gesehen. Er hätte es jetzt auch vollkommen meinetwegen in paranoider Richtung verarbeiten können, zu sagen, das war gegen mich gerichtet, ich muss mich vorsehen, das nächste Mal kommt eine Messerattacke. Das nächste Mal muss ich sofort mein Handy rausreißen oder mir eine Pfefferspraypistole kaufen oder mich mit einem Messer notwehrmäßig bewaffnen und so weiter. Und da hat er alles nicht gemacht, weil er da natürlich diese Besonnenheit hatte und diese Besonnenheit entstand. Aber was ich dann sagen möchte, ist, dass er in der Folge, also relativ schnell, ich glaube sogar nach einem Tag, was er mir erzählt hat, oder nach zwei Tagen gedacht hat, oh, das war so ein kräftiger Schlag. Und er hat mir nichts getan. Ich habe keinen blauen Fleck, ich habe keine Schmerzen. Ich habe keinen Schaden daran genommen, außer dass es plötzlich so ein Schlag war, der entstanden ist. Und er hat es dann so umgedeutet zu sagen, so, das ist für mich so eine Art Zeichen gewesen in dem guten Sinne, wie gesagt, nicht im pathologischen Sinne zu sagen, so, pass auf, sei immer wieder achtsam. Sei achtsam wirklich im guten Sinne auch. Achte auf jeden Moment deines Lebens. Achte auf jeden Atemzug und die Bewegungen, die du machst, wenn du dich wandernd bewegst oder mit dem Fahrrad unterwegs bist. Sei vorsichtig, schätze, wertschätze und so weiter. Also eine ganze Batterie von positiven Dingen für diesen Event genommen, also diesen Faustschlag genommen, zu sagen, so, das ist wichtig, dass ich immer wach bin. Und so hat er eine ganze Menge an positiven Deutungsperspektiven gewonnen durch diesen Event, an den er sich von da an eigentlich ganz gerne auch erinnert hat. Zwar mit Erschütterung, aber eben doch in Erinnerung, die für ihn wertvoll war, weil es für ihn ein Anlass ist, zu sagen, so, Achtung, diese gewisse Schnürfrigkeit in meinem Leben oder Beliebigkeit oder was auch immer, die möchte ich jetzt nicht beibehalten, sondern ich kann immer wieder so einen Schlag gebrauchen, so einen guten Schlag gebrauchen, um mein Leben auf die Reihe zu bringen. Und der hat dann berichtet, dass tatsächlich in der Folgezeit, in den nächsten Wochen und in den nächsten Monaten, er anders geworden ist in seinem Alltag. Irgendwie wacher. Irgendwie wacher. Also in dem Sinne einfach aufmerksamer. Nicht in Richtung der Angst oder der Achtung, jetzt könnte mir was passieren, wenn ich da in der Öffentlichkeit bin und mich da irgendwelche Leute schlagen oder Gott weiß das. Also nicht in diesen typischen Katastrophenszenarien, die Menschen natürlich oft entwerfen, sondern sehr positiv verarbeitet. Also eigentlich einen unangenehmen Zustand, wie diesen Faustschlag, positiv verarbeitet hat als, ich will jetzt nicht den Begriff Weckruf nehmen, der ist vielleicht ein bisschen verbrämt, aber es würde passen zu sagen, Achtung, aufmerksam sein, wie der Zen-Meister, der hinter dir steht, wenn du eine Zen-Meditation machst und dir durchaus so einen kurzen Schlag mit dem Stöckchen, einen vertretbaren kurzen Schlag mit dem Stöckchen auf deine Schulter dich aufmerksam macht und dich tatsächlich in deinem Gewahrsein, in deiner Aufmerksamkeit, in deiner Wachheit sein lässt. Ein anderes Beispiel, das vielleicht schon anders gelagert ist auch, also das natürlich dann schon vielleicht mehr Forensik mit sich bringt und Problematik in rechtlicher Hinsicht mit sich bringt. Eine Frau ist auch unterwegs in der Stadt und geht da, ich glaube, mit ihren Kindern, mit ein oder zwei Kindern, die hat also mehrere Kinder und da kommt ein Mann auch wieder aus der Menge, löst sich aus der Menge heraus, auch sehr schnell, eigentlich nicht voraussehbar und damit auch nicht schützbar in dem Sinne. Das ist allerdings nur das, was die Frau, also genauso wie der Mann erzählt hat, das ist klar, wir müssen dem Glauben schenken als Begleiter, weil wir haben es ja nicht selber miterlebt. Und er tritt ihr in den Hintern, ein plötzlicher Hintern tritt, der da passiert und sie auch vollkommen verdutzt, weil damit hat sie gar nicht gerechnet, das sind ungewöhnliche Dinge, die passieren. Und sie geht natürlich, weil sie erschüttert ist, weinend in die Straßenbahn und fährt sofort mit ihren Kindern nach Hause. Erzählt das auch ihrem Mann nicht oder geschweige denn, dass sie zur Polizei geht und das anzeigt, also das wäre jetzt sicherlich ein Anlass gewesen, auch das einer Polizei anzeigen zu können, wobei wir sind uns darüber im Klaren, die Polizei vollkommen hilflos ist, sie kann das aufnehmen. Das ist auch gut, sich dann bei der Polizei zu melden, wenn man das will und sagt, wenn man das nicht selber eben handeln kann, besser als eben hilflos zu werden und dann weiter Angst zu haben. Und diese Frau hatte von da an tatsächlich Angst. Die hatte Angst, wenn sie in bestimmten städtischen Situationen unterwegs war, dass das so wieder passieren könnte und tatsächlich, es passierte ihr noch ein zweites Mal. Also auch wieder der gleiche Mann, der sie identifiziert hat und ihr in den Hintern getreten hat und dann wieder einfach schnurstracks verschwunden ist. Auch diesmal geht sie nicht zur Polizei, erzählt sie es nicht ihrem Ehemann, erzählt sie es nicht ihrem Therapeuten oder Menschen, die mit ihr eng zusammen sind, sondern nur eben einer zufällig oder eher, sagen wir mal, als Bedürfnis einer Freundin, mit der sie auch ab und zu unterwegs ist und von der ich das auch weiß jetzt. Sonst hätten wir es ja gar nicht mitbekommen, die ganze Geschichte. Und diese zweite Deutungsperspektive bei der Frau ist, sie ist entsetzt darüber. Sie hat Angst. Also das hat sie tatsächlich in der Einseitigkeit, die ja normal ist, gedeutet, mein Gott, da hat mich jemand angegriffen. Das ist ein Angriff, das ist eine Verletzung der Menschenwürde, meiner Menschenwürde. Das ist also etwas sehr, sehr Negatives. Und von da an traut sie sich, und sie hatte damit schon vorher Probleme, weil sie vielleicht auch sich zu wenig bewegt hat, weniger hinaus, auch in städtische Situationen, die normalerweise sicher sind und ist nicht im Alltag vorhanden. Also ein Negativum. Das heißt also in der Deutungsperspektive etwas Negatives in der Verarbeitung, dass natürlich dann darüber sind wir uns im Klaren, zu einer Negativspirale werden kann, wo das immer problematischer wird und wo sich dann vielleicht jemand gar nicht mehr raustraut, in Menschenmengen, weil er immer Angst hat, dass dieser Mensch dort lauert. Ein anderer Mensch, der jetzt eine ganz andere Persönlichkeit ist, als diese Frau, hätte das vielleicht auch anders verarbeitet. Nun ist natürlich ein Tritt in den Hintern etwas anderes als ein Faustschlag auf den Oberarm. Oder was für seltsame, bizarre Verhaltensweisen einem sonst noch begegnen könnten im Alltag. Es gibt ja Menschen, die bleiben plötzlich vor dir stehen. Dann gab es mal so eine Zeit lang diese schöne Kultur, darf ich ihnen Umarmung schenken, so aus heiterem Himmel heraus. Das ist ja noch etwas sehr Positives in der Form. Und ist ja eigentlich eine tolle Sache auch. Aber hier diese Attacken, die stattfinden und die man eben in dem Fall der Oberarmgeschichte, des Faustschlages auf den Oberarm, die dieser Mensch positiv gedeutet hat, sehr vorteilhaft positiv gedeutet hat und in dem anderen Fall dieser Tritt in den Hintern negativ zu deuten ist. Aber wir können ja auch andere Deutungsperspektiven im zweiten Fall einnehmen, wenn wir das versuchen, zu sagen, das ist ein Mensch, der irgendwo gestört ist, der krank ist und auf die Art und Weise Arschtritte verteilt, die ich mir natürlich nicht gefallen lasse. Also eine ganz wichtige Deutungsperspektive ist, wenn mir das ein zweites Mal passiert, dann drehe ich mich um und drehe dem vor das Knie. Oder ich mache einen Judo-Kurs oder irgendwas anderes. Also ich wehre mich. Und diese Notwehr, diese Selbstwehr, diese Eigenwehr ist etwas sehr Wichtiges. Also sich nicht als Opfer zu fühlen. Im ersten Fall, bei dem Faustschlag auf den Oberarm, hat sich dieser Mann nicht als Opfer gefühlt. Im Gegenteil. Es hat ihn wachsen lassen und gestärkt. Im zweiten Fall haben wir die typische Opferkonstellation. Wenn wir als Menschen zum Opfer werden, dann läuft es natürlich auch immer wieder Gefahr, dass wenn wir in der Opferhaltung bleiben in Zukunft, bei ähnlichen Situationen und überhaupt auch im Leben, dann ist das sehr problematisch. Wenn wir aber diesen Event umdeuten und sagen, so ich mache mich jetzt mal auf den Weg, ich wehre mich, ich zeige mich, ich werde mir ein zweites Mal das auf keinen Fall gefallen lassen oder ein weiteres Mal nicht gefallen lassen, dann ist das auch etwas sehr Positives. Und zu sagen, ich drehe das jetzt um, ich habe zwar Angst, dass mir das wieder passiert, aber wenn es mir passiert, fange ich an laut zu schreien oder laufe dem hinterher. Also ich tue etwas. Ich bin tätig. Ich wehre mich als Mensch. Ich agiere. Ich mache eine Aktion. Und da ist eben auch durchaus eine unwillkürliche Aktion wichtiger als eben die typische Opferhaltung, in der man sich jetzt, wie gesagt, in die Straßenbahn hineinschleicht und dort einfach weinend nach Hause fährt und das mehr oder minder mit sich selber ausmacht. Ich will mit diesen beiden Fällen sagen, das sind so typische Alltagsfälle, die immer wieder geschildert werden, sondern auch, dass wir unterschiedliche Positionen einnehmen können und dass wir das letztendlich im Sinne eines Ausgleichs auch deuten müssen und dann eben auch tätig in unserer Verhaltens- und Denkweise verändern können. Und das ist die Herausforderung, die wir natürlich im psychotherapeutischen Alltag immer wieder haben. Also das Opfer zu stärken, es anzuerkennen, wie es passiert ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite zu sagen, ich nehme die Opferhaltung in Zukunft nicht mehr ein. Also jeder Polizist, jedes Polizeirevier, jeder Polizeisprecher sagt, auf keinen Fall eine Opferhaltung einnehmen, wo man dann erstarrt wie das Kaninchen vor der Schlange, bevor die Schlange das Kaninchen tötet und frisst, sondern eben sich zu wehren, Recht schaffen zu wehren und aufmerksam zu machen und all das. Wenn man eine Knarre in der Hand hat oder irgendeine Klappe oder Gott weiß was, das wird ja immer wieder gesagt und das sagen wir natürlich in der Psychotherapie genauso. Wie gesagt, zwei unterschiedliche Dinge, die man unterschiedlich abwägen kann. Entscheidend ist die Flexibilität im Umgang mit solchen Lebensevents und das nennen wir dann in der Psychotherapie eine Verarbeitung.